In dieser Lektion präsentierte ich Ihnen den Risiko-Governance-Ansatz. Die Entwicklung des Ansatzes wurde kurz umrissen und die aktuellste Version wurde vorgestellt. Dezidiert wurden die verschiedenen Akteure, die unterschiedlichen Arten der Beteiligung und die verschiedenen Kommunikationsformen präsentiert. Im zweiten Video wurde der Begriff der Katastrophe aufgegriffen und definiert. Neben den unterschiedlichen Definitionen wurden auch unterschiedliche Zugänge aus Sicht einer Kategorisierung, etwa für die Datenbankverwaltung, dargestellt. Sozialwissenschaftliche Bezüge wurden von Kolleginnen Krellenberg und Kollegen Stange hergestellt. Und final wurde die Betroffenheit des Konzepts der Risiko-Governance und dessen Bezug zum Katastrophenmanagement präsentiert. Es wird deutlich. Natürlich existieren sehr gute und ausgefeilte Konzepte im Katastrophen- und Risikomanagement. Aber es ist auch notwendig, diese immer wieder zu reflektieren und gegebenenfalls den neuen Gegebenheiten anzupassen. Von besonderer Bedeutung für die zukünftige nachhaltige Entwicklung einer Region sehe ich den neuen Zugang über das Risiko-Governance. Es wird sich zeigen, ob dieser Ansatz auch für zukünftige Herausforderungen tragfähig bleibt und noch mehr in der Praxis angewendet wird. Abschließend möchte ich Ihnen herzlich für Ihr Interesse danken und hoffe, dass Sie einiges Bekannte neu einordnen können, aber auch viel Neues gelernt haben. Vielen Dank. Vielen Dank.